Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem alles entscheidenden Wettkampf. Auf der einen Seite die Angreifer. Bakterien, Viren, Parasiten und Pilze. Alles erste Liga. Und hier voller Konzentration der Verteidiger. Unser Körper, vertreten durch sein angeborenes, oder besser ausgedrückt, sein unspezifisches Immunsystem. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Die Inhalte Die Inhalte